Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golemsun TLA. Im letzten Part haben wir die Gondowarne-Klippen über die Klippe. Ups, oder Klippen, da steht Gondowarne-Kliffs. Ach, jedenfalls haben wir die überquert. Und dann haben wir einen neuen Ginny in die Gruppe bekommen, und zwar Chill. Wenn wir ihm das jetzt geben, verlernt er alle Erdangriffe plus heilen. Play, play well and avoid. Yes, sie besitzt jetzt play and play well. Erland, Planet Driver, Grove, Madgrove, Blast, Nova. Ha, aber vielleicht egal, wir haben jetzt einen Highlander-Gruppe. Hat die Engel-Kararitäten? Nope, habt ihr nicht. Okay, verkaufen wir diese verfluchten Bomben. Ha. Also dann, wir machen es genauso, wie ich es immer tue. Ahaha, sieht sich das hier mit an. Hey, wir müssen gleich einmal einen Inn suchen. Magik-Rod, Witches-Went, Psy-Nagy-Rod. Geben wir es hier, dass sie weniger in mir... Hm. Ja, warum nicht? Yay, Game-Tickets, immer nur her damit. Wow, besser als Hypnos-Sword. Broad-Ex. Schwächer? Pepple Maze. Schwächer? Schwächer bei irgendwas ist das? 151. Ah, es wäre schwächer gewesen. Failed. Warte mal, fail. Ich glaube, hier ist das wohl jetzt trainieren. Wenn wir kein Geld besitzen. Selbe die Boots. Silk Rope, das können wir Mädchen tragen. Ein Eisenschenk, schwächer als das Fujin-Schenk. Fronze-Helm, habt ihr schon? Holz-Hut. Ah. Und auch nicht. Ihr habt eh kein Item, sind ja meine Schatz-Tro oder so? Ab in 10, wir brauchen wirklich jetzt endlich Lebenspunkte und so weiter zurück. Ah, da vorne ist was. Ah. Ah. Ah, das ist gut. Lebenspunkte sind wichtig und Pepe ebenfalls. Die sind jetzt alle wieder aufgeladen. Und du, Schlafbaum, bekannst mich mal. Ich habe keine Lust, dich zu behalten. Und du bist weg. Keine große Überraschung. Hm. Jetzt hat sie Ply and Ply Bellen erlernt. Das ist gut. Ha. An den Felsen ist das... Ah. Ach so, das ist kein... Das ist in den Baum drin. Oh, eine Dornenkrone. Wird die Angstkraft. Oh, Verteidigung ist hier unten. Die braucht er. Und jetzt wird es Zeit, die Bronze... Den Bronzehelm zu verkaufen. Das können wir gleich hier tun. Und alles verkauft. Ha. Münzen. Juhu. Nichts. Ich weiß, da war ein Busch. Aber ich will erst mal mich hier umschauen. Hm. Was ist das hier für ein Haus? Klar, warum nicht? Ah, okay, warum nicht? Eines meiner Items. Ähm. Hm. 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 Ein löcherlicher Tanz. Und? Er hat zum Glück immer noch equippt. Huh. Ha. Ist das ein reißender Priester? Nämlich. Ihr wisst schon. Ein Sack. Hm. 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 Schlecht, wenn das Wasser so schnell wieder verschwindet. Okay. Jetzt können wir den Ort hier erforschen, Leute. Ich wette ein paar von euch wollten wissen, was sich hier hinten befinden wird. Und Wirbelwind. Und Wirbelwind. Eine Schatztruhe befand sich hier. Uh. Ein Unicorn-Ring. Ähm. Ha. Gemein. Das Einzige, was es bringt, entfernt Gift, aber wir haben schon Psynergie, die das entfernt. Hm. Ich verkaufe den Ring. Hm. 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 Wir müssen dorthin. Every Kling can get away. Okay, dann save-staten wir wieder mal. Boah. Bevor ich drinnen war. Ein Gegner erschien. Oh. Sineach. Und du bist tot. Kebombo-Mountains. Yikes. Oh, weah. Okay, das ist schlecht. Das erinnert mich damals ans Versteck von den Dieben. Ah, der Dumper. Glück gehabt, der hat mich nicht gesehen. Da kommen wir nicht hoch, da können wir auch nicht hinüber. Naja, da können wir sowieso nicht nachdrücken, ohne dass man uns sieht. Yikes! Glück gehabt, hoffe ich, Mann. Ah! Eine Fee! Die Gemeinde daneben! Ah, ja, man kann es nach vorne verschieben. Gut, jetzt haben wir eine kleine Abkürzung. Oh, Juna. Huh, dummheit. Oh, verdammt. Ich glaube, ich muss bald niesen. Ah! 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 Ich will zu Schatztroh! Ah! 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 Huuu, eine Axt Ah, Gegner Und tot Zehn Chance Punkte, das ist schlecht Okay, glaub wir haben hier alles erforscht Ah, ich hab nen Plan Da oben ist ein Hühnchen Oder ein Hund? Nein, ja ein Hund Lag falsch, entschuldigt Hahaha Der kommt da nicht mehr raus Oh je Oh je Nicht bald Stirb du blöde Fee Du auch, du Gorilla Ja Jetzt wird es eine Angriffskarte Nächstes Stück Und du bist tot Level 17 Macht mir Spaß Haha, der Typ ist drinnen Uh, Power Bread Und Mehr Lebenspunkte Uh, sogar noch plus 10 dazu Ha Incredible Okay Okay, wir haben zwei Wege Entweder dort nach oben Oder dort nach unten Können wir den hin tun Wenn wir nach unten tun Können wir die Schatztruhe holen Und dich liebe Schatztruhe Also tun Machen wir das der Hund Oben bleibt So Fertig Los Oh, armer Hund Tut mir nicht leid Worte sinds Crystal Forgeable Hä Kapier ich nicht Oh, scheiße Ich glaube, das ist jetzt schlecht Hä Ah Ich speichere aus dem Mal zur Sicherheit Echt So, ich glaube, diese Folge hat jetzt auch langsam ein Ende gefunden, Leute Zähne Oh 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 Hei! Ha! Den Hund haben sie ausgetrickst! Überall Feen! Bäm! Ha! Eine weniger, zwei weniger, drei weniger! So gefällt es mir! Okay, was hat mir das jetzt gebraucht, hierher zu gehen? Ah! Gegner! Eieieieieiei! Assassinen! Power Drive! Und weg ist er! Und Psy Leech! Nichts Gift! Oh, du Mistkerl! Never L up! Das hat sich ja vollgebracht! Das hat sich ja vollgebracht! Ups, falsch! Und wir bewirbt wieder erneut! So, aber bevor es wieder weiter geht, bis zum nächsten Mal, Leute! được!